Beinschiene, das ist die Kettenhaube. Also Helm, Kettenhaube, das sind die Schulterplatten, gewöhnliches Kettenhemd, Bunthaube, Panzerhandschuhe, Robuster Garbson, welchen haben wir denn da? Ein langer Schlesischer. Da haben wir hier gepolsterte Beinlinge und ich habe was an? Enge, olivfarbene Beinlinge. Steppbeinlinge, das sind die, die ich jetzt anhabe? Okay. Dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir einen Neuner, aber ich habe da noch mehr Neuner. Ich hätte gerne den dunklen angezogen. Dann habe ich hier einen schlechten Helm, schlechte Handschuhe. So, Nackenschutz, Plattenkachel-Ellenbogen, Erdstiefel, Lederbams, Arbeitsstiefel. So, braune Beinlinge. Jetzt ziehe ich die braunen an. Rote, edle Beinlinge. Ach, dann nehmen wir die edlen. Reiterbeinlinge. So, jetzt habe ich hier noch verschiedene Tunika. Modisches Hemd. Was? Was? Achso. Was könnte man? Ja. Das ist der Mappenrock. Okay. Gut. Genug rumgesucht. Machen wir mal hier. Wir verkaufen. Rüstung. Zack. So, also. Die schwere Beckenhaube. Die werde ich erstmal behalten. Den Wams werde ich noch behalten. Diese Kettenhaube würde ich gern verkaufen. Kann ich aber nicht. Weil, 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 weil. Die ist, äh. Kettenhaube. Die ist geklaut. Gut. Gehen wir mal weiter. Das Ding verkaufe ich. Das Ding. Das sind die Beinlinge. Kann ich auch verkaufen. Das Ding auch. Das Ding auch. Das Ding auch. So, verzierte Handschuhe. Lass ich. Platten Ellenbogen kacheln. Behalte ich mal. Jagdhandschuhe. Ähm. Warum habe ich jetzt hier. Warum habe ich hier nichts mehr drin. Pfeile. Ach so, ach so, alles klar, ja. Ich bin jetzt gerade hier im Laden. Da habe ich natürlich nichts in der Hand. Die. Die. Lechte gepulzerte Rüstung. Jawohl. Verstärkter Nackenschutz. Jawohl. Die auch. Die auch. Die auch. Die auch. Lederwams. Arbeitsstiefel. Mal alles verkaufen. Braune Beinlinge. Braune Beinlinge. Jawohl. Braune Filzhut. Schlappen. Hässliche Fußwickel. Geflickte Beinlinge. Was sind das für Tunikas? Tun ich gut. Ein Wappenrock. Skalitzer Wappenrock. Und das hier, den mache ich auch mal weg. Ein hässliches Leinenhemd. Modisches Hemd. Rote Beinlinge. Rote Endload. Ach, das Ding. Genau. Das behalte ich nochmal. Den nehme ich dir auch weg. So. Bettlertunika. Schuhe. So, da haben wir jetzt ja schon einiges. Abgegeben. Die schwere Beckenhaube. Ja. Könnte ich. Ja. Gut. Kaufen. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch Schönes? Spärruhe. Spärruhe. Kriegswamms. Was mich halt interessiert hätte. Was? Was sind das denn für Beinlinge? Was? Warte mal. Warte mal. Ich habe hier oben die Roros Steppbeinlinge. Die sind eigentlich auch ganz gut. Und der hätte da noch ein paar andere für mich. Na ja, gut. Ja. Macht nix. Wir verkaufen mal. Und feischen auf mich noch ein bisschen. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? Genau, warum nicht? So, erhalte 1060. Sind wir uns einig? So kriegst du mich nicht rum. Ja, sind wir schon mal bei 950 anstatt 900? Dann mach, sag ich mal hier, 1010. Zufrieden? Na dran. Geh noch ein bisschen runter. Und Hand drauf. Immerhin. Guck mal. 990, das sind 10%. Endlich eine vernünftige Summe. Das gefällt mir doch schon mal. Gut, dann gehe ich jetzt noch zu ihr hier. Die Händlerin, die alles abkauft. So, was hat die noch so schönes? Ein verschiedene Waffenröcke. Ich gucke mal. Ich meine, der ist ja ist ja schön eigentlich. Aber so wirklich gefällt er mir nicht. So sehe ich aus wie die Leute bei uns. Nee, so will ich aber nicht rumlaufen. Äh, ich behalte meine Sachen. Ich verkaufe. Und zwar den Plattenbams, würde ich sagen, verkaufen wir. Eigentlich könnte ich auch die Beckenhaube verkaufen, aber wir verlangen, wir verkaufen hier die lange Kettenhaube. So, und das war's eigentlich schon, ne? Das war's erst mal. Ich glaube, du willst mir Diebesgut andrehen. Dafür zahle ich weniger. Wie viel schwebt dir denn vor? Äh, was? So, so, so? Sind wir uns einig? Immer noch zu viel. Joa. Mein letztes Angebot. Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Wie gut, dass wir das geskillt haben. In Ordnung. So, haben wir die auch weggekriegt. Das freit mich doch. So, dann holen wir jetzt mal eben den Wein. Den kriegen wir, glaube ich, hier. Überall höre ich meinen Namen. Gott sei mit dir. Ja. So. Herrin Stefanie von Thallenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig? Exquisite Gewürze aus Arabien? Oder deutsche Juwelen? Hä? Wein. Guten Wein. Ah. Ah. Obwohl auch Bier ginge? Was? Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis für den morgigen Bogenschießwettbewerb weggegeben. Mist. Hm. Kann ich diesen Wein denn nirgendwo sonst auftreiben? Leider nicht. Ich habe das alleinige Recht, diesen besonderen Tropfen zu verkaufen. Niemand sonst in der Region hat ihn vorreden. Das ist ja hervorragend. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Ratai. Er ist ja nicht zu fass. Ich schätze, ich werde mir etwas überlegen müssen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Toll. Was hat er denn? Mhm. Ein Brot hat er da? Brezeln auch immer gut. Was habe ich denn da? Schnaps, den ich verkaufen kann. Muss aber jetzt nicht sein, ne? So, billigen Wein. Meth. Schnaps. Normalen Wein. Brauche ich alles nicht. Ich will mich hier nicht besaufen. So, noch ein bisschen feilschen. Versprechen wir den Preis. Warum nicht? Genau. Wie immer. Muss ja... Erhalte 14. Was sagst du dazu? Das ist zu viel. Ah ja. Willkommen Heinrich. Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Will der mich verarschen? Ich wusste, wir werden uns einig. Das ist ja nicht zu fassen. Okay. Äh, wir müssen am Bogenschießwettbewerb teilnehmen. Ja. Ganz toll. Gewinne den Bogenschießwettbewerb. Oh Mann. Ich fasse es ja nicht. Ich speichere mal. Bin soweit gekommen. So. Hallo Heinrich. Hallo. Na? Na du? Wo muss ich denn da hin eigentlich? Wenn ich denn teilnehmen möchte. Fast da. Ähm. So. Schon mal nicht. Ich will hier raus. Ach Mann. Er wieder. Wieder völlig aus der Puste. Aber hier war auch sonst nichts mehr, oder? Was war denn hier noch? Aktivitätengeber. Ja, da können wir auch gleich noch hin. Hier ist noch ein Hinweisgeber. Was hat der Hinweisgeber für uns? Schauen wir mal gleich erst mal. Die Schenke. Die Schenke. Da kann ich auch mal kurz gucken. Wo ist der Questgeber? Hä? Ich ess mal was. Das ist nett, dass die alle so nett sind. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Kann sein. Das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, denn es ist der Henker, der Hilfe braucht. Jedenfalls habe ich es so gehört. Die Leute hier wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber je mehr sie ihn meiden, desto mehr schwätzen sie auch über ihn. Und das ist noch nicht alles. Du bist der Sohn des Skarlitzer Schmieds, oder? Der Vogt kann dich sicher gebrauchen. Er hat ein paar Aufgaben für die Skarlitzer Flüchtlinge, aber weiß nicht, wer sich wofür eignet. Hat erst gestern deswegen rumgejammert. Hm, ja gut. Nun weiß ich ja Bescheid. Wie sieht man mit meiner Sattheit? Oh, shit. Ich bin überfassen. Beim Bogenwettbewerb würde ich trotzdem noch teilnehmen wollen. Die stehen hier alle, als wären die irgendwie... Ich wollte gerade schnell sagen, wo geht's denn da rein? So, hier, wer bist du? Gott, shit. Glück und Gesundheit. Hm. Fläschchen Wein. Möchte sich jemand mit mir im Bogen schießen messen? Klar, hier sind immer Pfeile am Fliegen. Zuerst erkläre ich dir die Regeln. Du schießt sieben, dreizehn oder einundzwanzig Pfeile. Je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Stroh bringt einen Punkt, der weiße Ring zwei und der Kreis in der Mitte drei. Wer zuerst fertig ist, bekommt drei Punkte obendrauf. Die Runde endet, wenn alle Pfeile verbraucht sind. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist üblich, Wetten abzuschließen, um es spannender zu machen, verstehst du? Je besser deine Gegner, desto höher der Einsatz. Gut. Ich habe alles verstanden. Eine Sache noch. Hau ja nicht ab, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und ziele oder schieß immer nur auf die Strohballen. Sonst bist du raus, klar? Jawohl. Oh. Sag mir erst, wie gut du bist. Dann suche ich einen passenden Gegner. Was? Meister. Ich bin Meister. Ich kann gegen die Besten antreten. Große Töne. Aber wir werden sehen. Um Gottes Willen. Die Besten schießen 21 Pfeile. Los geht's. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst doch deine eigene nehmen. Ich trommle dann mal alle zusammen. Ach du Scheiße. Macht euch bereit. Okay. Äh, das waren schon mal drei. Heinrich, schön, dass du da bist. Finde ich auch. Vier. Ich bin froh, dass ich... Ähm... Den Punkt da habe. Acht. Shit, die haben viel mehr als ich. Neun. Eieieieieiei. Elf. Dreizehn. Fünfzehn. Achtzehn. Sehr schön. Zwanzig. Zwanzig. Zwei. 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 Das gibt's doch nicht. So bin ich nicht. Boah, die schießen ja fast immer ins Blaue, ey. Zu fassen. Zwei. 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 Oh man, voll daneben. So bin ich diesen scheiß Wettbewerb nicht. Oh man. Der Wettbewerb ist zu Ende. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Mist. Mir kam zu Ohren, es gäbe ein Bogenschießwettbewerb und erlesenen Wein als Hauptpreis. Das ist richtig. Ich habe den besten Wein der Provinz gekauft. Ich will teilnehmen. Kennst du die Regeln? Nein. Leider nicht. Du schießt mit sieben, dreizehn oder einundzwanzig Pfeilen. Je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Stroh ist einen Punkt wert. Der weiße Ring zwei und die Scheiben Mitte drei. Wer zuerst fertig ist, die Runde endet, wenn alle geschossen haben. Weiß ich auch. Es ist üblich zu wetten, damit es spannend wird. Gut, das klingt alles einleuchtend. Eine Sache noch. Bleib hier, solange der Wettbewerb ist verstanden. Gut, hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen verwenden. Ich rufe dann schon mal deine Konkurrenten. Das ist jetzt der Wettbewerb. Gegen dreizehn, okay. Drei, sehr gut. Fünf. Oh Mann, das war knapp. Sieben. Komm schon, komm schon. Ich muss gewinnen. Neun. Elf. Scheiße. Fünfzehn. Siebzehn. Das hier gibt's doch nicht. Geht aber ganz gut. Oh, fuck. Der war total daneben. Oh, shit. Ich muss den Wettbewerb gewinnen. Vierundzwanzig. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Und hier, wie versprochen, ein Fässchen des feinsten Weines der Provinz. Hab Dank. Ja. Freude. Korrekt. Was zum Teufel? Korrekt. Und. Dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, reiten wir mal eben hier rüber. Geben dem Chef Bescheid. Hey, Chefchen. So, und ich könnte gleich auch mal ein bisschen so durch die Gegend reiten und nicht immer im Schnelldurchlauf. Ja, vielleicht auch gar nicht mehr so verkehrt. Oh. Wie geht es dir, Heinrich? Ja. Ratzig. Was macht er denn hier? Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wie, wieso bist du denn hier? Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Okay. Ähm, die ganze Geschichte, die Kurzfassung. Ähm, die ganze Geschichte, die Kurzfassung. Wenn er nicht in U-Schütze ist, höre ich mich um. Irgendjemand wird etwas wissen. Gut, dann brich nach U-Schütze auf. Finde diesen hinkenden Banditen und presse die Namen der anderen aus ihm raus. Sie müssen für ihre Taten büßen. Ich will sie hängen sehen. Bring ihn zu mir nach Merhojet und ich entscheide über sein Schicksal. Jawohl, Herr. Das wollte ich gerade wissen. Wieso denn da? Wieso denn da? Wieso nach Merhojet? Weshalb nach Merhojet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Wie viel Silber hat Ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Um Angst. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Ei, 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 ei. Okay, es gibt Neuigkeiten über die Untersuchung. Echt? Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Die Spur führt nach U-Schütze. Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Verstehe. Was noch? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht. Woher weiß ich das denn mit dem hinkenden Heinz? Spiel gespeichert. Alles klar. Und mit ihm noch reden? Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Wat? Wat? Du hast nicht so fällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine. Hier ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte. Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Hm, okay. Ist das nicht barbarisch? In Zeiten wie diesen gilt Auge um Auge. Ich fürchte, da hast du wohl recht. Ja. Okay, da haben wir jetzt die Aufgabe. Wir haben ja schon mal Ohren gebracht. So ist es ja nicht. Zumindest haben wir jetzt ein bisschen Luft, würde ich sagen. Da ist sie. Die Plötze. So, das heißt, wir haben jetzt hier überall Aufgaben. Oder wie sieht das aus? Spüre die Banditen auf. Ja, wir müssen wieder nach U-Schütze die Banditen aufspüren. Vorher, was ist denn da? Ich muss noch das Diadem holen, dann haben wir alles. Das machen wir vielleicht mal. Wir reiten mal hier rüber. Dann habe ich zumindest die eine Aufgabe abgeschlossen. Und ich weiß nicht, sonst wird das, glaube ich, irgendwann zu viel im Journal. Wobei ich muss jetzt auch gleich mal pausieren. Kann ich hier eigentlich... Ich sitze auf dem Pferd, ja? Okay. So, ich würde sagen, wir reiten einfach mal ein bisschen. Durch die Prärie. Ich weiß ja, wo ich ungefähr hin muss. Da Richtung C. Ach, Schäfchen. So. Das heißt, wir reiten einfach mal hier in den Wald hinein. Irgendwo. Irgendwie irgendwo. Ähm, ja. Wir reiten irgendwie irgendwo in den Wald hinein. Grün ich jetzt. Was ist das denn hier? Unhervorstell... Ich glaube, ich bin falsch. Aber da ist ein unhervorstellter Ort. Ich kann mal kurz gucken. Ich stehe ja quasi fast daneben. Was ist das hier? Gibt es hier was? Kräuterkundler. Wohnt hier einer? Tatsache. Vielleicht kann man hier was lernen. Ah, hier kann man lernen. Guck mal. Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Selbstverständlich. Mhm. Ich möchte die Grundlagen festigen. Festigen? Aber nur gegen Silber. Ich habe gar keine Ahnung davon. Ist das nicht etwas viel? Machen wir ja auch mal 49. 49. Sind wir uns einig? Es bedarf schon mehr als du. Okay. 56. Machen wir 53, ja? Sind wir uns einig? Nur ein wenig. Okay. 54. Einverstanden. Hör gut zu. Tja, momentan sind wir so bei 54, aber das ist ja in Ordnung. Und was hat sie diese... Oh, ich komme hier reingucken. Alchemie beginnen? Du hast gelernt, Gift und andere Zutaten. Du hast gelernt, Alchemie. Äh, Inventar? Äh, Auswählen? Ich habe keine Ahnung. Was? Blasebalk? Was mache ich da? Was mache ich da? Ja, Inventar? Ja, Inventar? Hä? Hey, komm herauf. Es ist verlassen. Es ist mir gerade ein bisschen zu aufwendig. Himmel, Arsch, was haben wir denn da? Ich gucke mal, was die hier so drin hat. Wir speichern mal. und dem und demстру uno bis zum Körper nehmen wird. Schologen, du wirst westerig, wuest er hat es jetzt wieder. Vielen Dank.